Rundfunk Applaus 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 Ziemlich! Karte! 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 Für ihre Vereinskameraden ist sie einfach nur Uschi. Ich spreche von Ursula Gottlohn, die für den Erbungsring Pilgen stammt. Ursula ist Studentin für Sonderpädagogik. Sie studiert auch Lernmusik und Deutsch. Musik ist auch ein weibes Hobby von ihr. Ursula imitiert hier, das heißt sie beschreibt heute ihren ersten Kampf. Und heute wird sie von Ernest Asano und Uwe Otto Henning. Und Uschi, das ist dein Applaus! Drei, zwei! Und eine Zwo! Hopp! Und man macht die Hersteller! Das ist ein weibes Hobby! ... ... ... ... ... ... Hecht! 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 Machi-Gau. Hecht, ne rücken! Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Rechte, rechte. Ja, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Okay. Ich bin jetzt hier. Auf geht's dabei? Ich bin jetzt hier. ...gegen, verstecken gì, Alter von www.sd. ratios.de Die Boxkruppe an der Blauen Ecke ... Siegbox für den Box-Trupp Mühlheim dünken. Die Box an der Blauen Ecke, das ist Nadja Barunz. Siegbox für den Boxkrupp Mühlheim dünken. Katja ist 32 Jahre alt und beschritt bisher vier Kämpfe, dreimal verließ sie als Sieger den Ring. 2013 wurde sie wieder ein Meisternettel und führten sie heute vor in die Ecke Abigur Tavi. Mach wieder an. Riechrei, Runde, Bereit! Super. Dankeschön. 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 Ja, schön, und dann die Rechte. Klasse! Körperkopf, super! Klasse! 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 Seid es die Rechte. Klasse! 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 Oshii, du musst da was machen! Komm Oshii, drei Hände! Komm weiter! Weiter Oshii! Oshii, hier nach vorne! Nach diesem Kampf machen wir 15 Minuten Pause! Und zum nächsten Mal war es der Bre impressierende Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick. Und um so richtig anzupassen! Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja!